Weißt du vielleicht, wie die Geschichte weitergeht? Kannst du die Geschichte weiter vorsetzen? Möchtest du wissen, wie es bei Timo die Geschichte weitergeht? Dann sieh dir diesen Film zu Ende an und vergleiche mit deiner Geschichte. Der liebe Cora wollte schon längst ein Nest für sich im Garten bauen. Dann merkte Laura, die Nachbarin vom Opa Kall, und sofort verstand sie, was hier passiert ist. Was machst du denn da, Cora? Laura und Cora brachten die fehlenden Buchstaben in die Bibliothek zu dem verzweifelten Timo. Das sind deine verlorenen Buchstaben. Nun kannst du dein Buch zu Ende lesen. Oh, vielen Dank! Und jetzt kann Timo und Laura gemeinsam die Geschichte lesen. Ende gut, alles gut! Und jetzt kann Timo und Timo und Timo und Timo und Timo und Timo.